Für mich kommt ja in diesem Moment alles zum Leben, wo sich meine Vision auch irgendwie entfaltet. Es muss einfach alles sitzen. Und das ist so ungefähr der krasseste Anspruch, den man überhaupt haben kann, gerade bei einem Neuanfang. Hi, ich bin Kathi und das ist Emgrace the Label. Ich glaube, solange ich mich in meinem Leben zurückerinnern kann, habe ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise Zweifel an meinem Körper. Ich kann mich quasi an keine Zeit erinnern, in der ich nicht irgendwie auf Kriegsfuß stand mit mir selbst. Mit meiner äußerlichen Erscheinung und ich habe mich nie so richtig wohl in meiner Haut gefühlt. Es war auch ganz oft so, dass ich mich nicht so gefühlt habe, als würde ich irgendwie dazugehören. Und fast schon so, als hätte ich gar keine Daseinsberechtigung. Sozusagen untergehen in der Masse der normschönen Menschen. Hattest du jemals Probleme mit deinem Körper? Und die ganz klare Antwort darauf ist, ja. Ich hatte und habe jeden Tag Probleme mit meinem Körper. Weil gefühlt darf man das nicht mehr so wirklich sagen, dass man tatsächlich Probleme mit sich selbst hat. Entweder man ist dünn und hält am besten ganz die Klappe, weil sonst kommen alle um die Ecke und sagen, hey, du hast dich ja gar nicht zu beschweren. Oder man ist plus size gefühlt und steht voll zu seinen Kurven, steht zu seinen Makeln, zu Cellulite. Irgendwie findet die Sparte, hey Leute, ich habe auch Probleme mit meinem Körper und bin nicht cool mit allem von mir. Irgendwie findet das zu wenig Platz in der Gesellschaft, finde ich. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, gucke ich zum Beispiel auf meine Beine und denke mir so, oh shit. Und läuft weiter so. Hinzu kommt eben, dass ich mit 16 Jahren, also 2013 entschieden habe, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und von dort an habe ich irgendwie alle wichtigen Schritte in meinem Leben irgendwie mit mehreren Augen auf mich gerichtet erlebt. Ich habe mich versteckt, ich habe mich zurecht geschummelt, ich habe eine schnelle Diät nach der nächsten gemacht. Und 2019 kam dann auch noch die Diagnose Lipödem. Shit. Dieses Video ist wahrscheinlich eines der schwersten Videos, die ich jemals gedreht habe. Und zwar bekam ich vor ein paar Wochen die Diagnose Lipödem. Aber mit dem Tag der Diagnose kam für mich persönlich auch irgendwie so ein bisschen der Turning Point in meinem Leben. Auch für mein eigenes Bewusstsein. Ich muss meine Gesundheit priorisieren, ich muss mich priorisieren. Und somit auch irgendwie langfristig das Gleichgewicht finden. Irgendwie in mir selbst drin. Dass es okay ist, dass man nicht zu 1000% okay ist mit allem, was man ist. Weil ich finde, das ist immer so, ich finde Body Positivity ist manchmal sogar schon fast ein schwieriges Wort. Obwohl es eigentlich was Gutes ist, es ist positiv. Aber das Schwierige an Body Positivity ist eben, dass es dann schnell so, ja, lieb dich einfach selbst. You go girl, weißt du? Und es ist halt nicht immer so einfach. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man halt checkt, okay, das ist okay, wenn ich jetzt mit meiner Nase, mit meinem Oberarm, weil ich nicht ein Problem habe. Aber dass man das nicht zum Zentrum seines Lebens macht. Dieses Wohlfühlen mit sich selbst, sich selbst okay finden, embrace yourself. Diese Worte sind irgendwie ganz dolle in meinem Herzen hängen geblieben. Denn genau darum geht es letztendlich, sich selbst zu akzeptieren und eben nicht ständig auf Kriegsfuß mit sich selbst sein. Auf Kriegsfuß stehen mit dem eigenen Körper, der einen eigentlich nur von A nach B bringen möchte im Alltag. Und der sein Bestes gibt und der härter arbeitet, als wir alle wahrscheinlich. Das muss keine überschwängliche Liebe sein. So dieses Love yourself, es ist ganz easy, lieb dich einfach. Es ist nicht für jeden so einfach und das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass das auch gar nicht der Anspruch sein muss, sondern eher dieses, hey, ich finde mich ganz okay heute. Und ich verurteile mich nicht direkt, wenn ich in den Spiegel schaue. Ja, und im Herzen ist es genau das, was eben hinter meinem neuen Label steckt. Das steckt hinter Em Grace the Label. Treue Zuschauer wissen bereits, dass das nicht meine erste Linie oder Kollektion oder Marke ist, denn es gab ja auch mal den Dominocati Shop. Zuerst war es ein kleines bisschen wie Merch. Wir hatten sehr viele Insider und es wurde dann aber immer weniger Merchig. Über mehrere Jahre entstanden letztendlich drei wunderschöne Kollektionen und das Feedback von euch war einfach krass. Ich fand es so cool zu hören, dass sich so viele mit der Kleidung eben aufgehoben gefühlt haben und eben repräsentiert gefühlt haben, ihre Körperform irgendwie repräsentiert bekommen. Es gab allerdings dann diverse Gründe, weshalb der Dominocati Shop nicht in der Form fortgeführt werden sollte und ja, obwohl das Feedback so gut war. Aber ihr kennt mich ja und das ist meine tiefste Überzeugung, dass ich eben, wenn ich was mache, möchte ich zu 100% dahinterstehen, so richtig Arsch auf Eimer mäßig dahinterstehen. Und dabei ist eigentlich ganz wichtig, eine faire und nachhaltige Produktion, gute Qualität, angemessene Preise für eben entsprechende Qualität und Produktionsbedingungen, die übrigens nicht vergleichbar sind mit H&M Zara Preisen, das ist einfach was ganz anderes und eben eine möglichst große Größenrange. Es sollen sich eben so viele Körpergrößen und Formen wie nur irgendwie möglich abgeholt und vor allem wohlfühlen. Ja, und diese ganzen Wünsche als komplett neues, sehr kleines Label. Äh, sagen wir es mal so, einfach ist was anderes. Wie lange wäre denn optimal für euch? Wie lange wir dafür blocken? Aber wir gehen hier nicht den einfachen Weg. Eins meiner Lieblingsgedichte ist von Robert Frost dieses I took the path, less traveled by and that has made all the difference. Und da lebe ich für. Und wenn ich mich nicht für meine Werte und Prioritäten und für meine Reichweite und meinen Einfluss einsetze, wer macht es dann? Also muss man es eben selbst angehen. Nach einer ziemlich großen Pause ergab sich dann irgendwie der Kontakt zu einem potenziellen neuen Team. Mit Zeitinvestment, also wer wann Zeit hat loszulegen. Hochsommer-Herbst-Kollektion. Ja, ich glaube gerade für die erste Kollektion und gerade weil es einfach eine neue Zusammenarbeit ist, brauchen wir generell mehr Zeit, und damit sich alles findet. Aber habe ich auch mega Bock drauf, das alles umzustellen. Also, I'm excited. Parallel habe ich auch irgendwie noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Übrigens auch über das Thema Nachhaltigkeit und InfluencerInnen und deren Einfluss eben auf Nachhaltigkeit. Und die Zeit war einfach begrenzt. Wir hatten ja eh vor, dass das jetzt nicht so ein, drei Monate macht man was und dann ist Leerlauf, sondern dass das ja eigentlich so ein ongoing Ding ist. Und dann müsste man ja eigentlich, wenn man jetzt dann Herbst schon bald plant, müsste man ja im Frühjahr schon die Sommerkollektion 2022 oder so. Also, das ist ja dann alles. Es ließ sich aber dann tatsächlich einen Termin finden und so habe ich das Team kennengelernt. Über vier Stunden lang, glaube ich, waren es, habe ich das Team, beziehungsweise vor allem den Geschäftsführer, mit, ja, teilweise auch sehr kritischen Fragen gelöchert. Vor allem zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe gefragt, inwiefern das überhaupt geht. Wo sind unsere Möglichkeiten? Was können wir machen? Was ist das Nachhaltigste? Was geht? In den entsprechenden Umständen. Es gibt ja immer ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Und ja, ich war da auch relativ beharrlich. Manch einer würde vielleicht sogar nervig sagen, aber ich glaube, manchmal muss man einfach nerven, weil anders kommt man nicht an sein Ziel, wenn man nur freundlich fragt und dann direkt Nein sagt. Nach dem Termin hätte das Team safe sagen können, dass denen das ganze Projekt zu kompliziert, zu weiß ich nicht was ist oder dass ich zu kompliziert bin. Und das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben daran geglaubt und die waren ready, die waren gewehrbeufuß, das Ganze umzusetzen und haben da richtig, richtig Bock drauf. Bock da drauf, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen, das irgendwie geht. Letztendlich ist unsere Produktion GOTS-zertifiziert. Das bedeutet, die gewährleisten, dass es eben fair und nachhaltig produziert wird, übrigens in Europa. Die Pakete werden CO2-neutral und ohne Plastik verschickt. Alle Teile dieser Kollektion bestehen zu 100% aus Bio-Bombrolle, die auch in Europa angebaut wird, also die nicht von sonst wo importiert wird. Das ist einfach so kurz, das alles aufzuzählen. Es lohnt sich einfach, irgendwie für das einzustehen, was einem wichtig ist. Und dann konnte es losgehen. Feststand, alles muss neu werden. Wir wollten bei Null starten, aber eben gemeinsam. Alles musste sich verändern. Der Name, das Branding, das Logo, die Website, Instagram, alles. Der Vibe. Es gab enorm viel zu besprechen, enorm viel zu klären. Es war ein sehr gutes Meeting. Mein Konzept kam sehr gut an und es umsetzbar. Und that's what I wanna hear. Let's go, next round. Und hallo. Hallo. Welcome back. Welcome back. Nude-Beige-Töne und so ein bisschen Pastellig. Vielleicht einfach, weil es Herbst ist und im Herbst mögen die Leute gerne auch so dunkle Rottöne. Ob man in die Richtung vielleicht noch irgendwas macht. Wir hatten Zoom-Meeting nach Zoom-Meeting nach Zoom-Meeting nach Telefonat. Denn zu der Zeit war ein persönliches Treffen einfach sehr, sehr lange nicht drin. Deshalb mussten wir uns eben auf die Online-Meetings beschränken. Und dann besprechen wir alles so, dass wir das jetzt einmal rausschicken an die Lieferanten. Ich mache jetzt nochmal die Varianten. Ich schicke die dann nochmal in die Gruppe. Mhm. Was gerade bei Kleidung sehr schwierig ist, da man da eben viel anfühlen muss. Man muss es tragen, irgendwie live sehen, die Farben live sehen. Ähm, deswegen hatten wir da ein paar Herausforderungen zu Beginn. Und wir mussten uns natürlich auch erstmal als komplett neues Team eingrooven. Doch ich würde sagen, wir haben da echt immer unser Bestes gegeben. Der Name. So ungefähr das Wichtigste. Wie ich bereits erzählt hatte, sollte irgendwie dieses Embrace Yourself im Hintergrund mitschwingen. Und wenn möglich, vielleicht sogar irgendwie im Namen verstrickt. Und wir haben echt so lange gebrainstormt. Wir hatten tausend Ideen und, ähm, ja, stundenlange Meetings dafür abgehalten, wie der Name sein soll. Generell fanden wir zum Beispiel auch coole und starke Frauennamen spannend. Wir hatten dann zum Beispiel sowas wie Emma. Emma Embrace. Amber and Grace. Also weil M und Brace. Irgendwie kam so dann das her. Und letztendlich sind wir dann irgendwie so auf diesem M Grace hängen geblieben. Und je öfter wir darüber gesprochen haben, desto verliebter war irgendwie jeder Einzelne von uns. Grace ist ja zum einen ein weiblicher, wunderschöner Name. Steht aber auch für Anmut und diese Gnade und so ein bisschen gnädig mit sich selbst sein. Nicht so hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Außerdem kann man eben so dieses eher zentrale M für weitere Wortspiele nutzen. Zum Beispiel M Power und so weiter. Dann haben wir uns natürlich auch noch das Copyright gesichert und haben uns eine Marke eintragen lassen. Anwälte, der ganze Spaß. Aber nachdem der Name stand, ging es dann auch schon relativ fix an das Logo. Hier hatten wir auch dann relativ schnell ein paar Entwürfe zusammen. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass irgendwie dieses M ein geschwungenes, handschriftliches M von mir sein soll. Das wird natürlich am besten passen, wenn das wirklich deine Handschrift ist. Das perfekte M von dir handgeschrieben. Also es trägt wortwörtlich meine Handschrift. Ich glaube, das war, weil ich parallel so dieses M irgendwo mal gezeichnet habe während einem Meeting. Und das fanden dann alle irgendwie ganz cool. Also habe ich ganz, 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 ganz viele kleine Ms gezeichnet und ein paar Favoriten rausgesucht. Die Entwürfe waren auch eigentlich ganz cool. Eigentlich nichts daran auszusetzen, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Irgendwas hat gefehlt. Irgendwas in mir tief drin hat irgendwie gesagt, nee, this is not the one. Irgendwie. Letztendlich habe ich das auch alles einem Freund von mir erzählt, dem Manu, der zufällig auch gelernter Mediengestalter ist. Und er war dann so, hm, versuch doch mal zu erklären, was dein Problem ist mit den Entwürfen bisher. Und ich war so, ach, ich weiß nicht. Ja, und irgendwie haben wir uns dann ganz spontan über WhatsApp nachts ganz viele Entwürfe hin und her geschickt. Und dann hat jeder an seiner Front gebastelt. Und dann kam das zu der Idee und das zu der Idee. Und dann hat man das angepasst. Und mit jedem Entwurf wurde meine Vision lebendiger und alles wurde viel klarer für mich, wie es aussehen soll. Und letztendlich haben wir in dieser Nacht das meiner Meinung nach sehr hübsche Logo für Embrace the Label entwickelt. Also auch nochmal ein sehr großes Danke an Manu an dieser Stelle. Die Rahmenbedingungen waren nun also klar. Nach diesen ganzen Abstimmungen, die virtuell einfach zehnmal länger dauern, als es wahrscheinlich persönlich der Fall gewesen wäre, war es dann endlich an der Zeit, sich im Rahmen der entsprechenden Möglichkeiten zu der Zeit zu treffen. Wir haben heute das erste große Team-Meeting in einer riesigen Lagerhalle mit Gästeblatze aller Masken auf. Und dann gucken wir mal nach Stoffen und versuchen, das alles zu sortieren, was wir nur virtuell gemacht haben in den letzten Wochen. Wir haben ganz detailliert über die Teile gesprochen und haben uns zum Beispiel auch über die Farben, die Pantone-Farben unterhalten. Ich sehe besser die gläulichen Töne und nicht so die gälte Töne. Es wird zu freundlich, es wird zu gälblich oder es wird zu Hautfarben. Das finde ich jedenfalls so schön, weil der halt auch so schön weit ist, wenn man sich damit dreht. Wäre der trotzdem schön, dass er sich mitdreht und so. Welches Schema es werden soll. Und wie ihr seht, sind das sehr viele Naturtöne geworden. Danach wurden wir auf eine kleine Geduldsprobe gestellt, denn die Samples mussten erstmal hergestellt werden. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Gerade aufgrund von Corona, Rohstoffen, was auch immer, verzögert sich sowas halt nochmal mehr. Doch dann, meine lieben Freunde, kam das erste Fitting. Es ist ein ganz aufregender Tag. Sally und ich sind gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Wir haben heute das erste richtige Fitting. Wir haben die Samples da. Höchstwahrscheinlich noch nicht in der richtigen Farbe. Und halt schon mal den Schnitt zu gucken, damit man weiß, okay, wo muss noch was länger, wo muss noch was kürzer. Ich bin einfach nur sehr gespannt. Ich werde gucken, wie die Nähte verarbeitet sind. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja schon mal solche Fittings gemacht, aber es ist eben auch ein neues Team. Und da muss man sich natürlich auch generell ein bisschen einspielen. Deswegen ist alles ein kleines bisschen neu. Exciting Day. Ich bin sehr gespannt. Oh, es gab einfach so viel zu besprechen. Klar, zum einen zu der Kleidung, den ganzen Fits. Aber es mussten einfach 100 Themen auf einmal geklärt und angegangen werden. Wir können ja trotzdem gucken, dass wir vielleicht mit einem kleinen Schlachtladen oder so rausgehen. Über die, sagen wir mal, die Timeline sprechen, ne? Produktionszeit und so ist aus unserer Sicht eher realistisch Richtung, sagen wir mal, November, Dezember. Ich habe außerdem erfahren, dass es eben weitere Lieferschwierigkeiten geben könnte. Wir hatten ursprünglich mit einer September-Herbst-Kollektion gerechnet. Aber ich habe dort schon erfahren, dass das sehr, 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 sehr unwahrscheinlich wird. Und das eher nach November, Dezember aussieht. Das sind dann auch so viele Dinge, die nicht in meiner Hand liegen. Klasse ist, wenn Dinge nicht in meiner Hand liegen. Liegen auch nicht in der Hand meines Teams, sondern das sind dann einfach Dinge, die höher sind als man selbst. Und dann muss man einfach sich dem Ganzen hingeben. Ob dann noch sozusagen die Kollektion so noch die richtige ist. Ob man gegebenenfalls was anpassen oder austauschen muss. Und wenn wir es sozusagen komplett anders machen, dann ist halt auch November, Dezember nicht realistisch. Was uns aber eben auch vor Herausforderungen stellt, ist eben die Tatsache, dass wir ein sehr kleines Model-Label sind, das wirklich noch ganz am Anfang steht. Noch dazu steht bei uns eben Nachhaltigkeit sehr im Zentrum. Und wir möchten zum Beispiel auch nie mehr Kleidung zur Verfügung haben, als wir jemals verkaufen können. Wir möchten nicht auf der Kleidung sitzen bleiben, beziehungsweise letztendlich machen das ja viele große Labels. Die bestellen Massen und der Rest wird dann einfach weggeschmissen, verbrannt und so weiter. Das ist nicht unser Vibe, da stehen wir nicht dahinter. Deshalb hieß es erstmal eher kleine Stückzahlen als zu große. Und noch dazu in so vielen unterschiedlichen kleiner Größen wie nur möglich. Das sind schwierige Ausgangsbedingungen für kleine Stückmengen. Das würde mit Sicherheit gut als Kapsel funktionieren, weil du hast aus allen Produktgruppen was drin. Also man würde jetzt nicht irgendwie sagen, man macht keine Röcke, keine Kleider oder sonst irgendwas. Sondern du hast trotzdem in der Kollektion, wo da ist Strick mit drin, da ist ein T-Shirt mit drin, da ist ein Sweatshirt mit drin, da sind Kleider mit drin. Da das Richtige zum Büro zu finden, was auch irgendwie immer geht, ist gar nicht so einfach. Nee, ich glaube auch eins, an dem wir uns nicht satt sehen, was wir dann nach zwei Kollektionen nicht mehr sehen können, wie mit dieser Schleife. Wir haben das Logo so oft geändert, weil das eigentlich zu sehr in eine Richtung ging. Da ist eigentlich mir lieber ein Schriftzug und dann kann man das eher, da könnte ich mir vielleicht sogar fast schon eher dieses M vorstellen. Ich lasse meine Kleider selbst zu tragen. Der Stoff stimmt, nur dass die Farbe nicht wird. Jetzt probieren wir uns auch noch das Muster davor. Sind das verschiedene Grammzahlen? Weil es ein kleines bisschen transparent ist. Das ist immer für mich so ein Ausschlusskriterium, wenn man weiß hat, wo man dann immer nur hautfarbene Beherrschung hat. Man muss halt echt gucken. Der Knoten, der sitzt mir ein bisschen zu tief, der müsste hier sitzen, finde ich. Generell finde ich den Schnitt gut. Wenn das dann quasi eins kleiner wäre, wäre das perfekt für mich, würde ich fast sagen. Habt ihr direkt den Schriftzug gesehen, ihr zweit? Ich habe den Schriftzug auf den zweiten Blick gesehen und dann fand ich ihn sehr klemmmer. Okay, interessant. Die ist gefühlt zu eng. Und genau. Ja. Schuhlos. Findet ihr die Farbe auch so toll? Ja. I'm very in love mit der Farbe. Welter? Mit dem grün oder... Ich finde sie richtig schön. Das Olive. Ich mag das auch. Die ist richtig schön. Ich glaube, da würde ich die Kräuter ganz raus machen. Du willst ja sowieso nach oben nehmen. Ich glaube, ich brauche die, genau, also ich brauche die eigentlich nicht. Wie finden wir die Länge? Ich finde die eigentlich gut so. Und sie ist angetaucht. Oh. Ach, von mir lebt den Mund sehr. Ah, ich merke aber gerade schon, die Witze zieht ein bisschen nach hinten. Ja, hatte ich auch. Hier ist der Halsausschnitt, muss ein bisschen weiter runter. Aber der sitzt ja auch alleine schon so, schon sehr nice. Ja. Und ich habe ein bisschen Booty. Sagen Sie mal so, bisher hänge ich an der am wenigsten. Hier die Schulter was höher. Hinten finde ich es eigentlich sogar ganz cool. Das macht mir hier ein bisschen zu sehr diesen hier. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich gelb schön finde. Aber das finde ich so. Das ist richtig schön. Aber es sieht ja nicht das wieder alles. Das ist eigentlich nur beige, oder? Ja, eigentlich ist es nur beige. Irgendwie ist der ganze Pulli sehr viel dünner als das, was ich habe. Der macht gerade diesen hier. Und ich glaube, ich mag das, wenn der ein kleines bisschen mehr... Der müsste weiter sein. Wenn der weiter steht und ein bisschen absteht. Vor allem, weißt du, hier sitzt der mir am Hals. Klar, der passt ganz gut. Genau, nicht rollkragenmäßig, sondern dass der so... Ja. Ein sehr großes Problemkind war dann auch leider das Kleid. Mein persönlicher Highlight-Artikel, der nicht fehlen durfte, gerade wenn es in Richtung Dezember, Weihnachten und so weiter geht. Ich fühle mich über sehr, dass es so ein Nachtkleid ist. Hier ab, ein kleines bisschen weiter vor, spannt das schon. Wenn es eine Sache gibt, man muss sie halt nur... Möchtest du noch etwas messen? Ähm, er blieb leider das Problemkind. Ich muss sagen, die Kleider sind richtig, richtig schön. Leider gibt es einige Probleme noch mit dem Kleid. Ich hoffe, das wird noch irgendwie, weil das hinten und vorne irgendwie nicht passt. Da müssen wir jetzt gucken, was wir machen. Schöne Kleider sind halt meistens aus Polyester und Polyester ist halt Plastik. Aber es gibt eben sowas wie recyceltes Polyester, was eben aus recyceltem Plastik ist. Und uns ist einfach die Zeit davon gelaufen. Nach weiterer Wartezeit kam dann eben auch das zweite Fitting mit den entsprechenden Anpassungen. Also wir sind heute auf dem Weg zum zweiten Fitting. Ja, heute geht es eigentlich nur darum, um alles final freizugeben und die Farben komplett final zu bestimmen. Also heute ist eigentlich so der wichtigste Termin, denn was heute entschieden wird, landet auch definitiv dann so in der Kollektion. Leider, das Kleid ist nicht rechtzeitig angekommen. Das muss ich dann irgendwie anders per Zoom oder so freigeben, damit ich nicht für ein Kleid nochmal herkomme. Ich bin zuversichtlich. Aber ich meine, es war ja beim letzten Mal schon so nah dran. Also heute wurden ja so oft nur Kleinigkeiten korrigiert. Also ich glaube, das wird super. Da habe ich dann auch dem Team das Logo vorgestellt, was ich quasi die Nacht vorher mit dem Manu zusammen entwickelt habe. Und habe ihnen außerdem meine Idee geschildert, die Kollektion Winter Blossom zu taufen. Das hat mich so... Ich weiß nicht, was du meinst. Nee, ich finde es auch. Ich finde es auch gut. Beide Ideen haben alle eigentlich relativ schnell gecatcht und das war irgendwie so... Yes, das ist es für alle. Und ich finde, diesen Vibe braucht es irgendwie. Winter Blossom eben aufgrund der teilweise Trockenblumen-Akzente, aber dann eben dieses Winter, weil Winter und Blüten passen erstmal nicht so ganz zusammen. Deshalb, ich mag irgendwie den Widerspruch in sich selbst. Aber es ist ja trotzdem auf den Punkt und I like it. A lot. Wann haben wir die Kleider? Wann können wir das Shooting ausrichten? Wie und wer koordiniert das Ganze? Wie soll der Shop aussehen? Wie lösen wir die Sache mit dem Kleid? So, so, so viele Fragen, die alle geklärt werden mussten. Bis wann möchtest du das haben, Julia? Du gehst drauf auf ein Produkt und du willst ja eigentlich sofort sehen, ist meine Größe zum Beispiel noch da? Und dann auch schon die Seite in chris.de, dann auch direkt schon drauf, sozusagen in die Bio oben. Das heißt, die Sachen müssen ja geshootet werden, dann müssen diese Fotos bearbeitet werden, dann müssen die in die Website eingepflegt werden. Wann Kati mit allen Sachen shooten kann? Ende Oktober müssen wir eigentlich shooten, ne? Aber Oktober sieht auf jeden Fall generell bei mir sehr gut aus, das habe ich nur mal in der Videoreihe. Ich gucke mal. Wir sind hier in der Frischofuhrung. Das ist natürlich auch ein Nachhaltigkeitsding, weil die Sachen nicht so geschickt werden müssen. Ja, klar. Weil man sagt, also die Sachen passen euch sehr, sehr sicher. Also shoppt nicht, also nicht so à la Zalando. Genau. Schickt wieder zurück, weil das möchte ich ja auch nicht supporten und das ist auch nicht, seit man sich Love Pieces bestellt. Ja, ja. Oder? Ja. Womit wollen wir dann starten? Oh, yes. Das ist viel. Das ist Karta-Style. Richtig, ja. Sprügel, genau. Das ist jetzt meiner. Das sieht doch sehr gut aus. Das war die Farbe. Ich habe so eine Farbe gar nicht zu Hause, glaube ich. Das steht dir aber total gut. Das habe ich nicht gedacht. Nein, das steht dir total gut. Warum hast du so was? Ich weiß nicht, ich habe ganz viel Rosa. Er ist halt cozy, ne? Ja. Und das ist, also, aber dafür halt nicht so gleich so fett Wollpulli, sondern trotzdem richtig Ja, die Dicke ist richtig, richtig schön. Und ich würde den jetzt ja eh so tragen, irgendwie. Das ist auch perfekt, wenn ich schon mal nicht mehr nehme. Ich schließe auch. It's so nice. Das fühlt sich so cool an. How was it? It was great. Wir haben fast alles bis aufs Kleid. Stets alles. Jetzt hoffen wir, dass das Kleid das wird. Ansonsten fällt das Kleid halt raus und dann kriegt ihr es am Frühjahr. Also, da ist unser Taxi. Dann kam das Shooting. Für mich ist das Shooting so ziemlich der allerwichtigste Teil. Ich bin ein super visueller Mensch. Ich muss alles sehen. Ich arbeite mit ganz vielen Beispielbildern, Moodboards eigentlich immer, weil ich mir alles immer vorstellen muss oder irgendwas sehen muss. Und für mich kommt ja in diesem Moment alles zum Leben, wo sich meine Vision auch irgendwie entfaltet. Und gerade bei der ersten Kollektion, das ist sowieso schon spannend und da möchte man auch irgendwie alles richtig machen. Da möchte man richtig landen vor allem. Es muss einfach alles sitzen. Und das ist so ungefähr der krasseste Anspruch, den man überhaupt haben kann, gerade bei einem Neuanfang. Der Plan war es, im Shop immer alle Teile an drei unterschiedlichen Körpergrößen zu haben. X, S und S zusammen, M und L und XL und XXL. Das ist im Prinzip auch unsere Größenrange, die wir für die erste Kollektion haben können. Ich repräsentiere sozusagen die mittlere Größe, M bzw. L. Durch ein Event vor einigen Monaten habe ich Nardos kennengelernt. Nardos ist hauptberuflich Model und ich kann einfach kaum in Worte fassen, wie wunderschön ich sie finde, wie gut ich ihre Arbeit finde. Deshalb war das für mich glasklar, dass sie X, S, S darstellen soll als Körperform. Außerdem haben wir uns dann noch für die liebe und superschöne Zoe entschieden, die eben die größeren Größen XL und XXL repräsentiert. Sie haben wir dann eben auch über eine Modelagentur gebucht. Das Shooting sollte Body, Confidence, Selbstakzeptanz, einfach sich wohlfühlen, Spaß, Womanpower, all das sollte es irgendwie verkörpern und das sollten eben auch die Models verkörpern. Ich sehe mich jetzt nicht als Model, aber ihr wisst, was ich meine. Das Shooting habe ich zusammen mit Sally organisiert, ganz alleine. Das ist das erste Shooting, was ich überhaupt in dieser Größenordnung selbst gemacht habe oder überhaupt irgendwas in dieser Größenordnung, glaube ich. Ich glaube, so viel Verantwortung und Koordination hatte ich echt noch nie. Fotograf, Make-up, Fotografen-Assistenz, dann jemand, der die Sachen steamt, Catering, die Location. All das musste organisiert werden in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit. Wir haben dann Gott sei Dank relativ schnell die wirklich absolut traumhafte, perfekte Location gefunden. Und zwar haben wir die zusammengefunden mit Anascht in Lorsch. Mit ihnen hatte ich schon vorher Kontakt. Sie haben einen ganz, ganz, ganz tollen Blumenshop. Bei Anascht könnt ihr euch nämlich online Trockenblumen bestellen, Kränze bestellen oder wenn ihr eben aus der Region kommt, könnt ihr dort zum Beispiel Junggesellenabschiede machen und irgendwie Trockenblumenkränze basteln und einfach eine gute Zeit haben. Also mega cool. Ich liebe das kleine Team, alles so schön. Ich wusste eben, dass sie diese Location hat und ich fand es so toll, dass der Hintergrund so irgendwie rough aussah oder so vintage. Ich kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall war die Wand einfach perfekt. Und Anascht hat uns einfach, ich kann nicht genug und nicht oft genug Danke sagen, sie haben uns so, 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 so viele Trockenblumen für dieses Shooting zur Verfügung gestellt. Die haben wirklich alles rausgerissen. Die Trockenblumen in Kombination mit der Location haben meine Vision zum Leben erweckt. Und dann wurde es erst. Hallo und willkommen in meinem Fotostudio. Ich glaube, ja, die Kameramänner kommen gerade. Wir sind in der Location. Morgen ist das Shooting und wir sind alle ein bisschen nervös. Und ja, wir bauen jetzt erstmal eine Runde auf. Guten Morgen. Es ist der Morgen des Shootings und ich, oh, also ich habe vier Stunden geschlafen. Ein Teammitglied ist immer noch auf der Suche, auf dem Hand tatsächlich von der Lieferung von einem Päckchen von den vier wichtigsten Teilen der Kollektion. Und ich, oh, das ist alles einfach nur so ein Krimi. Das ist alles ein bisschen zu spannend für meine Vorlieben. Ich habe eine Kaffeemaschine am Start. Es ist einfach noch dunkel und alle kommen um sieben dorthin. Und das wird heute ein ganz schöner Runway fast schon. Drück die Daumen, I guess. Aber ich bin guter Dinge. Die Jungs haben gestern noch bis um elf oder so in der Location aufgebaut und Lichter eingestellt. Es gab dann auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel das Kleid. Das Kleid wurde dann wirklich ziemlich last minute von mir gekickt. Wirklich ganz, ganz, ganz schweren Herzens. Ich habe sehr daran gehangen und habe wirklich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, dass es irgendwie klappt. Aber es sollte nicht sein und wir standen da nicht zu 100% dahinter, hinter den Dingen, die wir bisher gesehen haben. Die Samples und es muss einfach sitzen. Aber dann können wir uns ja noch mehr freuen, dann auf die Frühjahrskollektion. Julian hat dann tatsächlich noch eine Stunde, also quasi Minuten, bevor das Shooting losging, hat er das Paket bekommen mit den fehlenden Teilen. Das war wirklich knapper, hätte es nicht sein dürfen. Ist ja schon ganz schön krass für mich. Outfit nach Outfit nach Outfit umziehen, schminken, Schmuck, all das. Gruppenfotos, Detailaufnahmen, Videoaufnahmen, die auch noch parallel gemacht werden sollten. Es herrscht ein Stück Chaos, aber ich würde sagen, Gott sei Dank, ein relativ organisiertes Chaos. Now, flash out of the first. Looking good. Guck mal her. Katja, was meinst du? Ich finde es fast so ein bisschen. Bananas brauchen wir als allererstes einmal ohne Knoten, damit es keinen Falter hat. Ja, genau, das Problem. Aber die Meizerin läuft ja an einem Zwerg. Okay. Nein, ich finde es wirklich cool. Ich mag den Schnitt einfach, weil es ist so fast jede Jeep ist high-raised. Und sonst muss man es irgendwie so reinstopfen und so. Und wirklich jeder von dem Team hat sein absolut Bestes gegeben und hat wirklich gehustelt. Und jeder hatte Bock da drauf. Und ich habe, glaube ich, noch nie so einen Vibe an einem Set gespürt. Das war wirklich krass. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Riesendank an Sally, die wie so oft eigentlich im Hintergrund irgendwie die Pferden gezogen hat, Dinge organisiert hat, schnell irgendwo hingerannt ist. Das ist einfach so viel wert. Sie hat zum Beispiel noch nachts alleine das ganze Catering geschmissen und Brötchen geschmiert. Ein ganz Buffet figiert. Ey, aber Leute, ich war so stolz. Ich war so stolz, als ich gesehen habe, wie diese Vision, die ich in meinem Kopf hatte, wie die lebendig wurde vor meinen Augen. Ich konnte es kaum fassen, wirklich. Die verschiedenen Models, die Körperform, die Trockenblumen, der ganze cozy Vibe, irgendwie vintage. Sehr natürlich irgendwie, nicht zu crazy, denn es sind einfach auch Alltagsklamotten. Das ist keine Aus-G-Mode. Es war einfach alles perfekt. Dass ich sowas mal sage zu irgendwas. Wow. It's a rip! It's a rip! Thanks to these people! Long day. Zehn Stunden. Aber erfolgreich. Erfolgreicher Zehnstum. Zehn Sekunden. Und ja, ich bin einfach nur unendlich stolz auf diese Marke. Die ab jetzt beginnende Zeit. Ja, ich bin einfach unendlich stolz und sehr gespannt auf die kommende Zeit. Und viele, viele weitere wunderschöne Kollektionen. Ein absolut traumhaftes Team, das da wirklich sein Bestes im Hintergrund gibt und hustlet, was das Zeug hält. Ein Team, das irgendwie immer probiert, meine Wünsche und somit auch die Wünsche meiner Community so gut es irgendwie geht umzusetzen. Es ist eben ein Neuanfang. Und ich habe eben die große Vision und Hoffnung, dass jeder Einzige, der sich dazu entscheidet, ein M. Grace Love Piece, denn letztendlich sind es Lieblingsteile für den Alltag, die ihn begleiten sollen, dass sich jeder, der sich dazu entscheidet, eins zu tragen, dass sich diese Person einfach wohl fühlt und dass sich die Person schön fühlt und selbstbewusst durch den Alltag gehen kann. Eben ein Love Piece, ein Lieblingsteil, das lange Freude bereiten soll. Ich möchte, dass sich diese Person wohl fühlt in ihrer Haut und ja, nicht so hart mit sich ins Gericht geht, dass einfach die Kleidung neben der Persönlichkeit, denn wenn man von innen heraus strahlt, sieht das einfach jeder. Ich möchte, dass die Kleidung dann einfach nur noch the cherry on top ist, also die Kirsche auf der Sahnetorte und einfach noch alles noch mehr abrundet. Denn ihr seid einfach gut so, wie ihr seid. Ja, und jetzt heißt es einfach nur noch abwarten, Daumen drücken und hoffen, dass es einfach alles wird. Ich bin so gespannt auf das Feedback und ich hoffe einfach von ganzem Herzen, dass die Leute die Energie und das Herz hinter M. Grace sehen und es verstehen. Und ja, supporten möchten. Leute, das ist erst der Anfang. Let's go! ig ig